Hallo alle zusammen und willkommen hier bei Never Alone. Wir sind zurück und gleich in die nächste... Oh, der kann auch noch Feuer beschwören. Toll. Uh, weg hier! Okay. Ähm... Komm rüber! Okay. Das gefällt ihm gar nicht. Oh. Der wirft eh immer zu hoch von daher. Beim dritten Mal wirft er genau auf unsere Höhe. Nein! Nein, jetzt hat er das Stück auch noch. Na dann nochmal. Na ja, einen frohen zweiten Weihnachtsfeiertag euch noch. Das habe ich noch gar nicht gesagt. So. Na. Nein, der hat uns noch erwischt. Das könnte etwas frickelig werden hier mit dieser Maussteuerung. Nein, ich wollte mich noch nicht mehr hinlegen. Dann nochmal. Los, los, los. Wir müssen Land gewinnen. Das Mal war es schon knapper. Okay, nochmal. Weiter, weiter. Schafft sie es? Nein! Verdammt, zu früh abgesprungen. Lass den Fuchs in Ruhe. Ey! So ein blöder Pisser. Milchgesicht. Obwohl, nach Milch sieht er nicht aus. Zu hoch. Zu niedrig. Zu hoch. Verdammt. Ja, die Maussteuerung ist aber wirklich nicht ganz optimal. Deswegen wird es hier eher ein Try and Error. So nochmal. Und drüber. Ja, der ist stinkesauer. Das wissen wir schon. Der droht uns bloß mit seinem Gebolze hier. Und diesmal richtig abspringen. Klappt doch. Und jetzt rutschen. Schnell weg hier. Wie werden wir diesen Sack hier bloß los? Dieses Arschgesicht. Ich weiß nicht. Irgendwann trifft er dann doch. Hoffentlich geht das gut. Noch ein Stück höher. Schnell weg. Ei, ei, ei. Okay. So, stampft er jetzt da oben. Fällt uns die Decke auf den Kopf. Ich renne einfach mal weiter. Denn wir müssen ja vor ihm ankommen. Schätze ich mal. Gib mir die Bola. Lass mich kurz überlegen. Nö. Naja, vielleicht doch. Mann. Sie zielt aber auch immer verdammt gerade hoch. Dann will man ein Stück runter. Und dann verzieht es sofort komplett. Schneller. Können wir nicht schneller laufen? So, nochmal. Vorsichtig. Fuchs. Wir wollen dich nicht treffen. Aber ich glaube, der ist dagegen immun. Aber nochmal. Ne, oder? Ach, Mann. Vielleicht bin ich aber auch einfach geradezu schlecht. Oder vielleicht ist es auch die Mischung. Aussteuerung und meinem Versagen. Stehenbleiben. Stehenbleiben. Ah. Hat geklappt. Ganz schnell hoch. Zum nächsten. Keine Zeit verlieren. Ist sowieso. Ganz schön knapp bemessen. Jetzt schnell rüber. Na, endlich klappt es mal. Hoffentlich hat es hier bald ein Ende. Viel freie Fläche. Ein Abgrund. Eine Zwischensequenz. Und. Jetzt stürzt er ab, oder? Ne, wir stürzen mit dieser Eisscholle. Nicht ins Wasser. Oh, wir schwimmen einfach davon. Nur Gefahr und das an Weihnachten. Ja, super. Danach hörte der Sturm kurz auf. Doch schon wurde es wieder windig. Es war schwierig, in dem Schneesturm etwas zu sehen. Ohne Essen. Ohne Trinken. Und der Fuchs hat sich eingeigelt. Trotzdem ist es arschkalt. Aber der Fuchs, das gefällt mir einfach hier in dem Spiel. Richtig schön putzig. So, finden wir jetzt die Titanic. Obwohl Alaska, hm. Was? Okay. Wieso? Mit der Bola wieder irgendetwas abschießen? Was liegt denn da hinten? Da können wir ja natürlich nicht hingehen. Wir können ja nicht in die Tiefe gehen. Bam. Bringt nichts, oder? Ah, wir können uns hier ein Loch reinhauen. Ist schon komplett offen. Na, dann mal durch. Mal schauen, was uns jetzt wieder erwartet. Irgendeine böse Gestalt. Irgendein Hindernis wieder. Das Leben wird uns einfach nicht... Nein. Mist. Na, zum... Ich dachte schon, ich habe auf den ersten Moment, dass Eis war türkisch gelesen. Türkisch ist Eis. Okay. Schaffen wir das bis darüber? Jetzt, ja. Jetzt schaffen wir es. Obwohl, sie schafft es nicht. Ähm. Ja. Ah, okay. Die Eisscholle kommt zurück. Na, dann. Komm mit. Jetzt. Ja, springt mit. Halt! Das... Na, ich dachte, das haut ab. Und dieses Stück Eis bleibt dann doch eher stehen. Die bewegen sich nur marginal. Oh oh. Oh oh. Schnell weg hier. Das Ding bricht jetzt auch zusammen, oder? Nee. Ups. Nein. Wieso ist nicht... Wieso ist sie nicht gesprungen? Mensch. Das sollte so nicht sein. Aber die Speicherpunkte sind hier sehr fair gesetzt. Oh oh. Na, schnell durchschießen. Genau. Ein Glück, dass wir das Teil dabei haben. Nochmal danke an den Ollenmann. Und... Nein, der Eisbär wieder. Oh. Wieder eine Sequenz zum Abhauen. Und eben mit der Bola schießen. Nee, jetzt. Der Sturm wollte doch nicht irgendwie kommen. Oh 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 oh. Schneller. Nein. Oh, Fische da unten. Nee, Geister. Die helfen uns bestimmt gleich, oder? Hä? Sie ist gerade schon fast im Wasser gelandet. Dann ist sie irgendwie da nochmal hochgesprungen. Das sah seltsam aus. Naja. Wir laufen jetzt einfach weiter. In der Hoffnung, dass wir es diesmal schaffen. Oh oh. Der kommt schon wieder gefährlich nah. Und springt wieder auf uns drauf. Wir schaffen es aber auch gar nicht, wirklich da abzuhauen. Denn der holt uns einfach ein. Ich nehme jetzt einfach mal den Fuchs. Vielleicht kann die KI hier was rausreißen. Jetzt scheinen wir mehr Vorsprung zu haben. Ja, der Fuchs ist natürlich auch schneller. Vielleicht kann der jetzt irgendwie hinten was holen. Was uns weiterhilft. Oh oh, wir ziehen sie einfach mit. Ähm. Achso, wir hätten warten müssen. Okay. Ich dachte, er läuft die Eiswand. Aber dem war nicht so. Na dann nochmal. Na dann muss man halt erstmal rausfinden. Ich kenne das Spiel nun auch nicht. Ich habe es eigentlich bloß die ersten paar Meter, als der Eisbär zum ersten Mal kam, gespielt. Das hier hinten kenne ich natürlich noch nicht. Das Spiel soll ja nicht so lang sein. Kommt sie jetzt mit? Ja. Deswegen spiele ich hier natürlich zum Testen auch nicht weiter. Oh, jetzt hat sie jetzt überlebt. Der Stoß vom Eisbären war wohl doch nicht so groß. Oh oh. Äh, halt zurück. Ich möchte gern zurück. Ich war wieder zu voreilig, oder? Ich glaube, der Eisbär wäre hier eingebrochen. Ja. Komm, brich ein. Ja genau, mach es kaputt. Komm schon. Damit wir jetzt los können. Wir hängen nämlich noch an dir. Müssen wir den jetzt locken. Na komm. Hallo. Ah nein. Das war nicht so gedacht. Ach. Aber wieso ist das Eis jetzt gerade eingebrochen? Können wir das zerschießen? Nicht so möglich, oder? Können wir den Eisbinder irgendwie mit vertreiben? Ja, da kommt der ran. Das ärgert ihn. Tschüss. Oh oh oh. Ähm. Kommt da noch was? Ah, halt. Die Fische hätten uns jetzt getragen. Okay. Wäre ich doch einfach mal geduldiger gewesen. Das wird jetzt, glaube ich, die größte Folge. Try and Error. Na dann. Helft uns. Ah, die. Die kommen mit zur Ruhe. Die kommen nicht so wirklich mit. Ah, mit dem Fuchs wieder. Okay, der hätte die Geister schon beim letzten Mal beschwört. Ich glaube, der Eisbinder kommt gleich wieder aus dem Wasser. Der war ja schon bei den eingesperrten Geistern. Der ist Rätsellösung. Da ist er wieder. Na toll, Mann. Schneller. Kommt hier gleich wieder so eine Klippe, die wir zerschießen müssen mit unserer Bola. Au. Toll. Sie kommen einfach nicht hinterher. Der Fuchs ist schneller. Vielleicht sollten wir uns mal abwechseln. Ich wechsle jetzt mal immer zwischen Fuchs und ihr. Nein. Au. Vielen Dank aber auch. Wir haben es bis rüber geschafft. Allerdings nicht lebendig. Na, so ganz durchdacht ist das hier nicht. Also. Ich renne ja eigentlich bloß. Ist irgendwie das Timing, wie wir gerade starten, ist das wichtiger. Jetzt haut er uns wieder weg, oder? Ja. Toll. Müssen wir uns da einfach mal kurz drucken, wenn der... Jetzt knabbert der aus uns an uns rum. Komm mit, Fuchs. Nein. Jetzt kommt er wieder nicht mit. Wir haben uns zwischen den Foden versteckt. Als ob der uns beschützen möchte, der Eisbär. Na, diesmal könnte es klappen. Obwohl, ja. Na. Au. Okay. Hinhocken bringt also auch nichts. Was war das denn? Das ist irgendwie gerade komisch. Fuchs kommt auch nicht mit. Jetzt aber schnell, Leute. Schneller. Ah, ist der Vorsprung diesmal größer? Ich glaube ja, oder? Na? 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 Rutsch doch. Nein, der hat uns überratet. Was ist denn hier gerade los? Also, das zerstört gerade etwas die Atmosphäre hier im Spiel. Aber ich würde jetzt mal doch schätzen, dass es nicht wirklich an mir liegt. Hier kann ich ja nichts weiter machen, außer rennen. Ja, toll. Nicht stehen bleiben. Muss ich hier noch irgendwas anderes machen? Ja, toll. Vielleicht mal nochmal die Bola benutzen, obwohl dann wird er ja nochmal aggressiver. Au. Okay. Aua, aua. Ne, so wird es nichts. Also werfen brauchen wir hier gar nichts. Jetzt kackt er uns auch noch auf den Kopf. Eieiei. Los, gebt einfach Stoff, Jungs. Und Mädels. Ich renne einfach mal mit ihm voraus. Vielleicht kommt sie dann irgendwie hinterher geglitscht. Oder sie stirbt. Mensch, Mensch, Mensch. Muss das denn sein? Vielleicht hilft dir ja springen, irgendwie. Ah, es scheint geholfen zu haben. Mitkommen. Okay, erst mal wieder geschafft. Also kommt er nochmal wieder. Tiefer Schnee hier. Und eine Höhle. Ne, doch keine Höhle, oder? Eulos wieder. Hallo. Jetzt heißt es wieder Jump and Run. Na gut, das ist ja schon die ganze Zeit ein Jump and Run. Ei. Au. Ist ja aber auch gemein. Wenn wir da hochspringen, sehe ich jetzt schon, werden wir doch bestimmt zerquetscht. So, erst mal hier hin. So, dann abwarten. Das Ding fährt jetzt wieder hoch, oder? Jetzt. Genau. Würde uns jetzt zermatschen. Schneller. Ah, sie kommt jetzt mit und wird zermatscht, oder? Oh, oh, oh. Das war knapp. Und sie schafft es noch. Halt's. Oh, oh. Ja, kann man wirklich so sagen. Und man kann auch sagen, dass diese Folge hier ein Ende hat. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Und dann sehen wir uns, glaube ich, übermorgen wieder zur nächsten Folge. Aber einfach mal in die Kommentare schauen oder in den Upload-Plan. Da werde ich es nochmal aktualisieren. Also, bis dahin. Macht's gut und ciao. Tschüss. Tschüss.